... ... So komm, jetzt kriegen wir es hin. Ich bin zuversichtlich. Schön. Äh, oh, wir müssen noch weiter. Oder? Da oben geht es nicht weiter, da geht es auch nicht weiter, gut. Dann müssen wir eintauchen und... Hä? Tut mir leid, aber... Wo müssen wir jetzt weiter? Runter. So, tauch. Und schwimmen. Ah. Es war nur zum Zwischenluft holen. Gut. Müssten wir jetzt ja hier... Ankommen. Komm, tauch auf! Hier ist nichts mehr gut. Hm. Super. Und wir sind da... Wo wir schon mal waren. Nein, waren wir noch gar nicht. So. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt zumindest hin, ohne runterzufallen. Nein. Nein, haben wir nicht. Hm. Ich glaube, ich bin einfach nur zu müde. Wir haben ja jetzt schon... Mitternacht. Okay. Hoch mit dir. Schön. Fing nochmal das Peitschen. Hm. Uh... Ach. Also geht es jetzt... Nein. Nein. Hier geht es nicht weiter. Genial. Komm. Genau. Wieso? Boah, ich möchte das jetzt schaffen, ne? Komm. Hopp. Hopp. Hoch mit hier. Weiter. 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 So. Und hier muss ich jetzt... Ich muss doch... Er... Ah, ich muss... So. Komm schon. So. Äh, das war doch RT und Boah, komm schon, hoch mit hier. So. RT. Ah. Ja, es ist natürlich nichts logischer, als dass man direkt wieder hier hin kann. Nein, überhaupt nicht. So, wo fängt das Ding an? Also ich muss hier hoch. So langsam durchschaue ich es. Ich muss hier drauf. Ja, so geht's doch. Gut, jetzt möchte ich aber nicht mehr runterfallen, denn ich glaube, das würde zum Tod führen. Puh, mir schreckt mich doch nicht einfach so. So, komm. Gut. Das haben wir geschafft. Super. Das haben wir auch geschafft.